Hi Leute und willkommen zurück zu CSGO, Matchmaking auf Mirage. Wieder mit am Start, Frauchen und noch ein Teammate von mir, von uns meine ich. Und jetzt schauen wir mal, ob heute was reingeht oder nicht. Also ich weiß noch nicht, ob ich das Ganze hier cuten werde oder einfach das ganze Matchmaking zeige, je nachdem wie spannend das ist. Fängt ja schon mal gut an. Was klar, Abarsch? Ich hab' man sich halt was. Ja, ja, was auch immer. Genau, sind halt. Ich weiß ja, wie der Brat läuft, ne? Einfach Queetscher wegschieben. By the way, das landet alles auf YouTube, gell? Ja, easy, hallo. In the Moves. Step speed. Underpass, TK, underpass. Da ist 8. Flip. Da ist nur einer oder zwei oben drin. Einer ist schon raus. Einer pushed. Holy shit, ist der los. Dank für eine Headshot. Okay, Lars, wir haben es offiziell geschafft. Wir sind Silber, Elo. Läupt. Da ist doch rum drin. Alter, die schaffen ja gar nichts. Der hier ist der andere Team-Mate, der meint, er ist übelst gut, obwohl er voll der Loser ist. Das sagt ja der, der er gerade gekauft hat. Das sagt ja der, der er gerade gekauft hat. Wir haben nicht niemanden in der Mitte hält. Ja, blöd, ne? Ich bin unterwegs. Da ist ganz rot hier. Bin unterwegs. Okay wie mein schatz das ist eigentlich jeder Lobbygesprung einer pusht ok, Underpass Mitte Underpass das ist scheinbar noch was Bombe liegt drin Bombe ist droppt mit von wo von wo von 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 also hier geht was, ich bin gesmoked und zwar Achtung Beepusht Beepusht jetzt, Achtung, nicht fest, nicht fest Hast du Molotov oder sowas? Hehehe Einfach defensiv bleiben, nicht fest B-Apps, sorry Als ob B-Apps B-Apps, zwei Stück mindestens 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 es steht 10-2 ich meine alles schon da gewesen aber ja ja jo die flash war es voll ja die hat es verkackt achtung jo ihr werdet hier alle umgebracht jetzt können wir gleich sehen wie man eindrucksvoll bei einem einzelnen hier wir werden zu übermütig wir müssen besser aufpassen nein ja keine ahnung er schammt halt die halbe ist das runter bleibt stehen läuft weiter läuft direkt durch so mitte scheinbar noch ist keiner ins perk einer sk er hat gefressen und 40 ihr meint doch auch dass wir die 6 winds noch schaffen oder sicher doch hier wenn ich nicht an der bank fest hängen wird wie ein vollidiot wenn ich jetzt auf die besseren kommt das glaube ich natürlich rennt einer a und der andere bleibt stehen was denn auch sonst ist ich ständig eine sekunde früher gewinnen können ja alle passt als ob und das hier werdet ihr euch übrigens schön gewinnen können dass ich der letzte bin auf der liste das ist immer so deswegen bin ich auch nur silber elite und die anderen alle gold nova 1 und 2 aber ja damit kann ich leben das sind halt die klassischen teammates die motzen rum weil man keine kills macht und dann verdecken sie aber selber immer als erstes verdecken sie aber selber immer als erstes natürlich kommt der jetzt Kitsch schon raus nja naja da stand da hinter der 2er der hätte ich aber auch gestanden das war er hätte das war die 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 Verhält den defuse, er hat den defuse, er hat den defuse. Komm mal, komm mal, komm mal. Kitschen, Eingang, ist noch einer, geht nach links. Def, equal. I'm throwing a grenade. Oh, he's firing. 1-Shot, oder? 1-Shot, oder? 1-Shot 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 er geht die waffe aufheben mit irgendwie 17 hp um dann an die bomben zu sterben und hier alle so macht man das heutzutage ah ma geile flash Ich dachte du, wer schaut nach CET? Yellow, I think you look at CT, where can I die? Das hätten wir easy in der Tasche gehabt, ey, solche Vollidioten. Ja, wieder dieser, ich weiß nicht, gelb oder purple. Man sieht, er schaut nach CT, man denkt, ja okay, man ist gecovert, planted, Hedget von CT. Er, ne, ich reg mich da gar nicht auf. Ich sag's dir, Safe Call, wir verlieren das noch. Ja, mit 3 Smokes auf B, Alter, keine Ahnung. Aber bei mir geht auch echt gar nichts rein. Nicht ein einziger Schuss, ich bin viel zu hekt dagegen. Tja, dann chill mal, ne? Als ob! Als ob! Als ob! Er kommt einfach unten rum und weiß sofort, dass ich da bin. wieder der Mini-Jode. Springt gerade die ganze Zeit überall rum. Oh Leute, ihr habt jetzt ein bisschen Tür im Hintergrund, aber damit müsst ihr jetzt leben. Was? Was hast du geplubbert? Wir verlieren das alles, es gibt ja auch gleich Blubber. Ja, ich doch sag's, dass ich gerne gleich verlieren wollte. Ja, schon. Jungle Warne Orb. Ey, als ob, das gibt's doch nicht, dieser Wichser, ey. So, jetzt lassen wir uns wenigstens noch das Unentschieden holen. Obendrin stehen bleiben, einfach durch die Smoke raus da. Aye, aye, Captain. I'm going flashback. I'm full flash. Ich hab's von vornherein gesagt, wo sie angefangen haben aufzuholen. Safe call, wir verlieren. Fucking artist. Von hinten, schon wieder von short. Auf. Kaum zu fassen, Unentschieden noch gemacht. So, das war's. Wir haben leider wieder nur ein Unentschieden geschafft. Danke fürs Zuschauen. Wenn's euch gefallen hat, Däumchen wär ein Träumchen. Und bis zum nächsten Mal. Tch. Bis zum nächsten Mal. Tch. Tch. Tch.